Unter unseren Füßen schlümmert eine kostenlose, unerschöpfliche Energiequelle, die Erdwärme. Wir, die Firma Geobohrtechnik, erschließen diese Energiequelle für Sie sauber und sicher. Vergessen Sie die ständig steigenden und instabilen Preise von Öl und Gas. Wir machen sie unabhängig von fossilen Brennstoffen und das zertifiziert und mit Festpreisgarantie. Die Erdwärme ist prinzipiell überall einsetzbar. Ob Neubau oder Altbau, Wohnhaus, Industriehalle oder kommunales Gebäude, alle Häuserarten lassen sich mit kostenloser Erdwärme beheizen. Technisch ausgereift und absolut betriebssicher ist die Erdwärmepumpe eine effiziente Möglichkeit der regenerativen Energienutzung. Das Einsparpotenzial im Vergleich zu Öl und Gas liegt bei rund 60 Prozent und das dauerhaft. Eine Wärmepumpe trägt aktiv zum Umweltschutz bei und verringert die Heizkosten langfristig. Denn mit nur 25 Prozent Antriebsenergie werden 75 Prozent kostenlose Erdwärme aus dem Boden gewonnen. Zudem arbeitet die Pumpe vor Ort zu 100 Prozent emissionsfrei. Der Wartungsaufwand für die Wärmepumpe ist verschwindend gering und nur in großen Zeitintervallen nötig. Die Wärmepumpe nimmt nur sehr wenig Platz weg und kann auch in einem wohnraumnahen Gebäude teil, wie zum Beispiel im Keller, untergebracht werden. Kosten für Schornsteinfähiger und Emissionswerteprüfung fallen gar nicht erst an. Mit modernsten Bohrgeräten auf dem aktuellen Stand der Technik nehmen wir die Bohrung vor. Dabei müssen Sie sich um Ihr Grundstück wenig Sorgen machen. Dank Gummiketten und dem geringen Gewicht sind die Bohrgeräte sehr wendig und können selbst bei schwierigem Gelände an der gewünschten Bohrstelle platziert werden. Je nach vorher analysiertem Untergrund kommen das Spülbohr- oder das Im-Loch-Hammerbohr-Verfahren zum Einsatz. Da der anfallende Bohrschlamm direkt in einen Container gepumpt wird, fällt auch die Verschmutzung des Grundstücks äußerst gering aus. Anhand der Bohrung wird ein ausführliches Schichtenprofil erstellt, welches zur Dokumentation gegenüber den aufsichtsführenden Behörden dient und das auch dem Kunden als Dokumentation übergeben wird. Nachdem die gewünschte Tiefe erreicht ist, wird die vorgefertigte Sonde in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Ringraum von unten nach oben verpresst und zwar mit zertifizierten Materialien. Damit ist ein optimaler Wärmeübergang vom Erdreich zu den Sonden gewährleistet. Anschließend erfolgt die Anbindung der Sonde. Zunächst wird der Sondenkopf gekürzt und gereinigt. Danach werden Verbindungsstücke angeschweißt. Der automatische Schweißvorgang wird digital überwacht und protokolliert. Im Anschluss wird die Sonde verlängert. Bei größeren Bohrprojekten zunächst bis zum Verteiler, von dort dann wie bei Einlochbohrungen direkt in den Technikraum des Hauses. Vor dem Anschluss der Sonde an die Wärmepumpe erfolgt eine digitale Durchfluss- und Druckmessung. Planen Sie einen Neubau, so sollte die Erdwärmepumpe kombiniert mit einer Fußbodenheizung Ihre erste Wahl für die Beheizung sein. Denn vor allem in Verbindung mit einer niedrigen Vorlauftemperatur spielt die Wärmepumpe ihr gesamtes Einsparpotenzial aus. Auch die Bohrung lässt sich beim Neubau problemlos realisieren und in den Bauablaufplan integrieren. Das Bohrloch zur Einführung der Erdsonde ist kaum größer als eine CD. Und nach Verfüllung und Anbindung ist es nicht mehr zu sehen. Entgegen der landläufigen Meinung ist der Einsatz von Erdwärme auch im Altbau möglich und das auch mit konventionellen Heizkörpern. Wir helfen Ihnen beim Heizen zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen mit dem kompletten Service aus einer Hand. Vom Antrag über die Ausführung der Bohrung bis zur Anbindung an die Heizungsanlage. Zögern Sie nicht länger und kontaktieren Sie uns. Zusammen mit uns können Sie auch für Ihren Alt- oder Neubau das Optimum aus dem Boden holen. Ergreifen Sie die Gelegenheit und setzen Sie auf Erdwärme. Wir, die Firma Geobohrtechnik, stehen Ihnen bereits seit mehr als 10 Jahren als verlässlicher Partner dabei zur Seite.